Warte mal, da ist noch ein Schluck, das hier, hier, das ist gutes Bier, gutes westdeutsches Bier, gegenüber Ostdeutschland, das hier von Westdeutschland schmeckt jedenfalls besser als das andere. Ort, stehst du auf westdeutsches Bier? Ja. Obwohl du eine scheiß Ostfuge bist? Ja, ne. Ja, überleg nicht lange. Ja, nu. Schmeckt das besser als ein ostdeutsches Bier oder was? Ja. Also. Wenn man gerne Bier trinkt, dann trinkt man das, was einem am besten schmeckt. Und jetzt geht das mal zu, dass die Ostdeutschen schlechteres Bier machen als wir, Ostwestdeutschland. Gebt das mal zu. Ja. Was, Jo? Komm, Mütze, gib zu. Das ist doch besser als ein ostdeutsches Bier. Ja. Ja. Und der westdeutsche Schnaps, der ist auch besser wie der ostdeutsche. Wie der Brauner oder wie der heißt da, der ist alles Müllzeug da. Hab ich bei der Armee gelernt. Brauner. Den haben die immer mitgebracht. Und das ist das letzte Müllzeug. Da trinkst du einen Schluck von, da musst du erst mal zehn Minuten nach Kacken gehen. So eine Scheiße ist das. Was für ein Brauner? Ein Weinbrand oder was? Brauner heißt der. Brauner? Ja. Und jetzt brauchen wir gar nicht weiterlegen. Ende.